Und was ist animatronik? Was? Die hab ich doch nicht. Die will ich auch nicht. Was ist animatronik? Weißt du das nicht? Die animatronik sind hier, Roboter. Ja. Und jetzt die Beine. Nein, Mann. Warum nicht? Das ist mein... Du hättest die Kopfschutz? Warum sagt mir das, Kinder, dass ich meine Schützenrüstung fast komplett habe? Weil du doof bist. Verpiss dich! Jetzt dich selber! Oh! 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 Vielen Dank.